auf zu einer schönen runde oder kommt gleich noch einer und sagt was habt ihr getan gleich hier rüber würde ich sagen jetzt hat er mich so dass noch einer den möchte ich gerne messern ich bin mal gespannt was sie bei handschauen zu ostern machen ob sie da auch irgendwie die spinne dann irgendwie osterhasen aufkleben oder so das war ja weihnachten so lustig wo die alle weihnachtsstiefel an hatten ja munition auch munition und gesundheit ist sehr gut brauche ich kann spritze verschwenden und können eigentlich hier geradeaus wo links ist schon das boot zum rauslaufen und tatsächlich das ja wo wir sind wir dann überhaupt ja wir sind ganz am brand wo wolltest du geschossen nee ich habe ein zombie der kam gerade angerannt ist mir in der gelauf hat ist angeschossen manchmal ist das echt so dann läuft sie hier lang und auf einmal hörst du nur und dann kommen die da angerannt die säcke oder ist es oder hat anderen osterfeuer angezündet sowas gibt es dann bestimmt ja super wo geht es dann lang ja würde ich auch sagen kommt aus der richtung das geballer ja hinter uns so leicht links ok jetzt würde ich sogar links sagen hier hört es sich an als wäre es vor uns so leicht links vor uns ja jetzt würde ich auch sagen es ist so leicht links vor uns aber so ist nicht gut wir sind gleich da ist die spinne schon wir haben sie wieder gefunden und es sind auch gegner drin ob die bekämpften sie gerade da hatte man dann gucke ich mal dass ich gleich nach lade oder ist schon wieder irgendein schwamm ich glaube ich war mutter die könnte irgendwo sein oder ja hier oben so ich wissen jetzt dass wir da sind können eigentlich dieses ding lösen dann können wir wenigstens noch geld ja genau das teil lösen hier und hoffe dass ich nicht erschossen werde in dem prozess ich weiß auch mal gar nicht wenigen gegner sehe ob ich den erstmal lieber markiere oder beschießen aber ich glaube es markieren ist schon ganz gut dann weißt du auf jeden fall wo er dann ist spontan entscheiden man weiß nicht nur und sie hat eine frau noch auch weiter das hat gerumst dass sie diese platt gemacht im 13 es ist weiter nach hinten gelaufen da lang ich habe sie noch mal getroffen aber sie ist noch im leben ich weiß nicht wo sie hin ist scheiße das alle zum messern ich sehe sie warte mal ich laufe schnell weg weil sonst bin ich gleich platt äh da ist ein gittertor ah scheiße jetzt hat es mich und zwar da wo dieser typ ist den wir mal messern da genau an dem tor da war die eben da hat sie mich erschossen von da aus alter wo kommt der denn her , die die innen da war die